Yo, moin moin YouTube und herzlich willkommen wieder zurück zu Cure of Duty Ghosts mit deinem Jigatobi Mission 17, Loki Schließen Sie sich den Icarus Team beim Angriff auf die Raumstation der Föderation an und versuchen Sie die Kontrolle über deren Orbital Waffen zu erlangen Ja, los geht's Icarus, Wootenmission erfolgreich, Sie sind blind Beginnen Sie den Ankern Verstanden, zweite Stufe abgetrennt, näher an uns Ziel Icarus, hier Kommando, Sie sollten jetzt Sichtkontakt zur Station haben Ziemlich groß Kommando, ein ganzer Ring Föderationssatelliten lädt gerade auf Merrick hier, wir halten hier unten nicht lange durch Rein da und erledigt es Verstanden, gehen rein Ohohoho, rein da Ihre Föderationverstärkung greifen unsere Bodentruppen an Lagebericht Achtung Merrick, wir haben es zur Station geschafft Beeilung Icarus, haben wir unten schweren Bescheid Icarus im Anflug, es wird heiß Übernehmen wir diese Station Dann lassen wir es selber krachen Anzüge aktiviert Oh man Es geht ab jetzt hier Im Weltraum Bam, bam, bam Vorsicht, die Treibstoffleitung brennt gleich Oh man Hallo, ja Wo ist der denn, ach da Hm, wie die Munition so rumfliegt Kontakt auf 2 Uhr Äh, meine Magazin, Alter Munition Bam Alter, wie das hier abgeht, ne Es kommen noch mehr Ziele von der Zentralluke Ah, komm her du Die Luke sichern Das ist unser Eingang Luke rein da Kontakt auf 10 Uhr Nein, da kommt noch einer Oh Toll Nein, du kommst hier nicht rein Es kommen noch mehr Ziele von der Zentralluke Diese Ziele angreifen Was ist da los Boah, Alter Scheiße Oh 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 Fuck Oh mein Gott Oh Ah Okay, nicht so gut Thompson, wir können nicht stoppen Bewegung Wir können nicht stoppen Wir müssen weiter gehen Zum Kontrollmodul Ziele, 12 Uhr hoch Boah Heftig Achtung Icarus Haben die Trägerflotte verloren Lagebericht Sind beim Kontrollraum Wir nehmen jetzt den direkten Weg Wir müssen die Außenwand durchbrechen Ja, hallo Chitter mal So, der eine fliegt da rum Oh Kontakt auf 2 Uhr Wenn sie nicht mehr so komisch rumfliegen würden Ah, komm Sperrfeuer Harter Weltraumkampf hier Boah Mann Wunderbar Hoch da Okay, ich auch Bam Okay Überraschung Wie das aussieht Sicher Übernimm die Steuerkonsole Wo ist sie denn? Steuerkonsole Wir warten auf dich, Thompson Hier? Wir warten auf dich, Thompson Ja, ja, ja Da ist es Ah Achtung, Merrick Haben Kontrolle über die Station Verstanden, Icarus Übermitteln feindliche Position Zeigt es ihnen Okay Satelliten 3, 4 und 8 geladen und bereit Thompson Abschluss einleiten Feuer Scheiße, Baby Alle Stäbe unterwegs Stelle Verbindungen zur Zieldrohne her Wo ist sie denn? Drohne erreicht Einsatzbereich Ach da, ja, stimmt Da kommen die jetzt Die blauen sind unsere Und die, ja Die Orangen sind ja unsere Gegner Oder die gelben Wow Gute Arbeit, Icarus Die Panzer wurden neutralisiert Bodeneinheiten werden flankiert Besteht Sichtkontakt Und da hier Sichtkontakt bestätigt Ziel wird erfasst Gute Arbeit, Icarus Lokale Truppen können sich um die restlichen Feindeinheiten kümmern Bereiten sie sich vor Verbleibende Föderationsschiffe bei Icarus Warten sie Icarus Bodentruppen werden überwältigt Icarus Besteht weiter Sichtkontakt zum Zug Südwest Vorherigen Befehl ignorieren Den Zug erfassen und Feuer Der Befehl kommt von den Ghosts Bestätigt Wiederhole Bestätigt Auf den Zugfeuern Thompson, feuern wenn bereit Okay Der App hat uns viel beigebracht Doch eine Lektion war besonders